Dies ist der Friede. Und es begab sich der ehrwürdige Anando dorthin, wo der Erhabene weilte. Dort angelangt, begrüßte er den Erhabenen und setzte sich zu einer Seite nieder. Zur Seite nun sitzend sprach der ehrwürdige Anando Folgendes zum Erhabenen. Mag wohl, o Herr, ein Mönch eine solche Konzentration erlangen, wobei hinsichtlich dieses mit Bewusstsein behafteten Körpers wie auch hinsichtlich aller äußeren Vorstellungen keinerlei Triebe des Ich und Mein, keinerlei Dünkelanhaftungen aufkommen und er im Besitze der Gemütserlösung und Weisheitserlösung verweilt, wobei in dem darin Verweilenden keinerlei Triebe des Ich und Mein keinerlei Dünkelanhaftungen aufsteigen können? Wohl mag Anando ein Mönch eine solche Konzentration erlangen. Wie aber, o Herr! Da merkt ein Mönch also, dies ist der Friede, dies ist das Erhabene, nämlich der Stillstand aller Gestaltungen, die Loslösung von allen Daseinssubstraten, der Giervernichtung, die Abwendung, Aufhebung und Erlöschung. Wer von nichts in dieser Welt erzittert und das Gute wie das Böse kennt, still geworden, wutlos, leidlos, wunschlos, der ist Alter und Geburt entflohen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017